So, damit hallo und herzlich willkommen zu Black Ops 2 Waffenspiel endlich mal. Ähm, hab ich jetzt gerade noch mal Bock drauf. Ähm, ja mal gucken, wahrscheinlich verkack ich's wieder komplett. Äh, vor allem weil ich hier gerade gesehen hab, ich spiel eigentlich alleine gegen sieben andere aus einem Clan. Äh, ich hab nur die mal alle ganz schnell stumm gemacht, ich mach ja sowieso immer alle stumm, weil ich das einfach nicht an kann, wenn da Leute in der Lobby-Humpa labern. Das kann ich echt leiden, die Bauschmerzen. Äh, aber ich, äh, äh, naja, muss ja nicht sein, wenn man grad von so nem Clan fertig gemacht wird. Ich wünsch mir echt meistens mal so ne Granate. Das werden so ein Waffenspiel teilweise extrem praktisch. Oah. Ich kann auch campen. Ich mach's aber nett. Alter Vater. Aber mit dieser Waffe kann ich echt sooo, ach so, klasse spielen. Das ist der absolute Hammer, wie gut ich mit diesem Dreckswaffe spielen kann. Oh, lol. Ach, der ist doch scheiße. Stimmt, der ist ja gerade da an dem, er merkt ja jetzt, wenn ich hinter dem bin. Eigentlich hab ich ja jetzt schon wenig Chancen. Wow. Hm. Dachte ich. Ich will ne Granate, Leute. Ach, scheiße. Ich will echt ne Granate haben. Alter, was hat die denn so nen Rückstoß? Was ist so n' der Scheiß? Was ist so n' der Scheiß? Mach mal. Nein! Es war so klar, ey. Haha. Es macht den so'n Spaß, diese Leute zu nerven, ehrlich. Gäts'n' Assist, hätt' ich den jetzt gekriegt. Hier ist Drei-Schuss! Also, Drei-Schuss-Waffen, das sind so'n Dinge, die ich echt leiden kann. Ach, scheiße. Ich bin nicht letzter, also. Jetzt ja schon mal was. Alter Vater. Dass er aber auch kein Schuss davon getroffen hat. Fand ich jetzt grad mal ehrlich. Da flug! Ach, die sind doch scheiße. Der ist jetzt schon bei der Armbrust. Na, 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 na. Ist das Spiel gleich vorbei, würd' ich sagen. Oder der wird gemessert. Da bin ich einfach nur grausamst schlecht, bin ehrlich. Also, Drei-Schuss-Waffen, das sind so'n Sachen. Mit denen komm' ich ja echt klar, wie mit Bauchschmerzen. Nein, nicht schon wieder! Schrittletzter. Ja, weil der auch drauf war. Also. Ja. Na gut, eigentlich passt's ja zu mir. Ich mein, äh, schlecht, äh, bleibt schlecht, ja. Also, naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.